einen wunderschönen tag wünsche ich euch ich hoffe euch geht soweit ganz gut wir machen heute weiter mit dem tcgk simulator ich hoffe ihr bockt ich hab's auf jeden fall bleibt dran also bis gleich und trüben so tag 16 haben wir erreicht wir machen genau da weiter wo wir letzten mal aufgehört haben schauen wir doch mal wie unsere bestände aussehen ja wir hatten ja ein bisschen gebaut wir hatten ja ein bisschen genau das waren da drin also würfelchen ja die haben wir noch die haben wir noch die haben wir noch wir brauchen auf jeden fall von den karten und von den boxen was hat mir noch nichts nach bestellt das heißt ab wann die anderen boxen aufbauen und hat man ja einmal davon brauchen wir einmal davon brauchen wir mindestens einmal wo wir hatten noch was ein einkaufslistig gott einmal raus einmal raus und einmal raus schauen wir noch nicht spielen mathe da müssen wir noch ein bisschen müssen wir noch ein bisschen warten das können wir uns tatsächlich noch nicht leisten wir hatten sogar noch was drin okay schön gut da wir haben offen wir haben offen das ist so ein geiles system der kommt rein und wird einfach doppelt angesprochen so ein guter system so ein moment daher ich muss das was trinken dankeschön wenn alle blöde immer daran denken genug zu trinken immer dran denken so zwei würfelchen sollen sein mir gerne 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 so acht euro zurück der nächste dann gespielt wurde so 78 sehr gut das ist der rasse sehr gut danke schön sein der passende so schön ab macht dann genau 50 dankeschön passend haben sie gut ausgerechnet und dann können wir direkt bestellen oder geht das jetzt jetzt hier hat sich haben wir ja einmal bestellen mit der tanker nahe an dem würfel sehr gut da kann ich direkt erfüllen unser doofen kadomarik einmal erfülle so so daher ein moment aus der flüche gekauft sehr schön flüche muss ich auch noch kaufen mehr neu letztes mal glaube ich zurück 33 was eine ungerade summe hier 39 80 so einmal zwei zurück trinken ein flüche gerne hier 50 dankeschön oder rasse zieler der rasse so sehr gut so passend und die kräfte aufgarten zu sollten sich umfüllen langsam den zurück zu fülle ich muss umfülle ich mehr liegt das so mehr kann mir kaufen verkauft man nicht so box ist leer aber bestand das wieder voll so die boxen brauchen auf jeden fall so sachen sehr schön sie sind für mich geworden bei den karten sehr schön so zwei zwei würfelchen sollen sein dankeschön passend aus dem sortiment und zack kaufen so zwölf zurück dann wussten die anderen plüchis bei lizenz haben wir glaube ich schon gekauft naja 9 kaufen muss ich nun mal aufpassen dass wenn es auch fülle jetzt keiner kommt so schnell preis ändern 35 so in der hoffnung dass es auch neben 35 war ja teuer genug der einkauf jetzt sieht es hier aus wo die pakete müssen auch noch nachkaufen die pakete besorgen und kein diometer kein diometer verdammt wir müssen echt geld verdient gerade und bestände wieder auffüllen da war mir das meck ist definitiv definitiv zu übereifrig und wollte einfach alles schon mal im laden haben aber auch gar kein geld ist immer so teuer also es ist immer sehr sinnvoll aber das klingt das klingt weil ich habe festgestellt man kann kein darlehen oder sowas nehmen und sagt hey na wäre schon geil dann schon wieder ausverkauft die hände ok 2221 50 wir sind ja nicht so wir sind ja nicht so ok 150 haben wir auch gesetzt sehr gut 50 das waren sie schon die haben wir schon fast alle festgesetzt die preise das ist gut und noch den hier da fehlt noch der preis da brauchen glatten euro einfach sagt das schon wieder jemand eine mitgenommen das meine ich das meine ich sie sind fündig geworden sehr gut 5 euro 50 zurück nach bestellen also die standard karten brauchen wir dann kann ich jetzt aus doppelpack nehmen ich habe sie freigeschaltet so zubehör das brauchen wir noch einmal auf jeden fall auf dem tag die plüschies gehen auch gut so 13 euro 50 zurück die plüschies gehen auch ganz gut also ein paar flaschen die grünen kisten sind auch gleich ja 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 ich meine ich bin ja froh dass sie das alles leer kaufen aber wo verdammt das war nicht geplant sieht es nicht allzu leer aus bin sofort bei ihnen ein moment dass man der kasse melden 9 euro 70 so bitteschön daher dankeschön für die einkaufen kommen sobald wieder es lief haben will haben wir hoffentlich auch noch genug so glatt perfekt so macht 52 dankeschön der nächste bitte eine karte soll sein 50 zurück ich könnte euch eigentlich mal darüber setzen oder sie brauchen auf jeden fall dann kann passt glaube ich noch ein regal hin und dann lassen wir die wand hier so frei und machen hier so ein doppelregal hin oder so mal schauen die plüschies gehen ein bisschen was haben wir denn da 32 machen wir 34 so machen immer noch genug reibach und die waren das der preis gestiegen 26 27 trotzdem mal gucken was passiert muss erst davon nehmen soll ich zwei kein problem so ein euro 50 dankeschön hier noch voll machen da gehört auch noch was anderes denn da müssen gucken ob wir die matten in den neuen kriegen ich möchte gerne welche essen muss ich dir ist dahin setzt jetzt die zeit noch nicht so krass 65 dollar draus wenn jemand haben will die wird erst mal lassen gucken wir mal die leute kaufen die kraft richtig gut wieder als wenn ihm angebot 6 euro 80 dankeschön jetzt kommen noch mal wie sieht es bei den würfelpreisen aus der preis gesunken da ja das ist klar dass sie das nehmen da bleiben wir dabei da bleiben wir dabei da sind wir dabei bei 26 haben wir immer noch profit mit das bleibt definitiv bleibt auch da können wir auf 7 und zwar ja hier kommen woanders kostet das sowieso das lief guck mal haben wir 250 und dann nehmt ihr die trotzdem oder ist noch neu nachstellen so ein ja nimmst du sehr gut dankeschön nice nice so mit der king deswegen ist damit wird er sich noch ein tisch nachkaufen das macht ja schon irgendwo sind ja komm mal nein dann nicht meint es sagt einmal wenn die sich ja beschäftigen das ist ja was gut so da rücken wir den hier an die wand dann können man hier noch durch schon mal hier dann können wir auch zucken an der stelle das schön oder ich hätte ich gerne geht das nee es geht nicht ich will ich halt im auge behalten da eigentlich dann machen wir das doch anders so oder mal kurz und dich das sieht halt so unordentlich aus ich dich da noch irgendwie hin das platz den kann ich nicht benutzen ich will da weiter hinter ich will es an die wand stellen schließen wir erstmal hier die zocken ja noch also können wir erst mal ein paar karten öffnen wir doch mal was wir schönes haben nix 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 dann ist ein bisschen so viel damit müssen wir auch ein bisschen gewinnen haupt sind die karten ja schon wir zu anderen preisen dabei sehr gut können wir 15 verlangen spiele effekt feuer verursacht in diesen zu 30 zusätzlichen schaden damit kann man ein bisschen gewinnen machen so können wir verkaufen noch einer noch eine hammer sehr fein da machen wir 43 glatt raus da machen wir 15 euro glatt strauss 50 ich bin immer noch fair muss man sagen die ist noch neu ein euro den haben wir auch für einen euro dann geht dann würde ich sagen wenn wir den tag trotz dass wir so viel ausgegeben haben wir haben 1229 229 euro sehen aber am 1 4 eingenommen also ein bisschen gewinnen macht so öffnen wir gleich weil wir haben die staats einräumt da geht es langsam aus und die sind wo ich muss nachkaufen dringend also das brauchen wir auf jeden fall einmal auf jeden fall machen wir zweimal dann brauchen wir noch mit karten boxen jeden fall und normale von denen brauchen wir auch kaufen in laden leer ich meine sehr gut so erstmal wieder abkassieren so ein euro wächst ja ein euro nur die karte sehr gut wo die dinge auch ein echter guter verkaufsschlager auch ein echter guter verkaufsschlager so wie sieht es aus sagt sagt bei zurück die dinge kaufen sie mir auch leer liebsten echt gut so 27 der tag läuft richtig nice so wie sieht es generell aus die dinge brüchst haben wir die noch da was liefs können wir erst mal auffüllen wir füllen verdammt nein das wollte ich nehmen ein stoff tischen ob es lehrt so gut so ich liebe ja so kunden die passen zeilen müssten wir auch mal nachkaufen dass der komme level 13 und die nächste so was die lizenz hat für das andere die uns nicht übel die haben wir dann waren und die würfel gehen und sind sie boxen gehen uns auch aus der nice einmal zweimal so kommen wir nicht gleich erst mal jetzt danke jetzt müssen wir erst mal schnell hat schon mal eine richtig krasse ausgabe aber müssen ja auch füllen ohne den können wir nicht nachfüllen also so haben wir das auch was bei kunden absolvieren die müssen wir noch um die grünen da die miete müssen wir auch noch bald bezahlen wieder ist sich total so der nächste wieder einmal 10 zurück jetzt schön der nächste bitte 623 das macht das schon dafür dass wir ihm fast 800 euro ausgegeben haben läuft ganz gut aber noch ein bisschen was davon sehr gut wenn wir auch gerade auf so schmeißt es einfach dahin in dem ende gehen und die blauen die geben auch schon wieder aus auch leute aber wenn ich sehe kann ich gerade mal auf die einkaufsliste schon mal setzen so und zwar dass da jetzt wollte ich schon wieder die box kaufen aber auch gleich zwei aber sieben es aus kann ich dir mittlerweile oh ja die lizenz könnte ich schon mal kaufen machen was weg ist es weg so und wenn wir noch ein bisschen geld verdienen ja habt bock auf cool merch dann schaut doch einfach mal bei get shirts punkt de slash magis king vorbei dort findet ihr cool merch von diesem dude hier von hoodies über cappies bis zu bade tüchern und brot boxen also worauf wartet ihr noch schaut vorbei damit können wir noch gleich noch geld verdienen wenn wir gleich wieder auf so 16 80 ok jetzt haben wir erst mal ein bisschen was erfüllt ist nicht viel aber wie gesagt klein viel macht auch ist und hat die dame einmal die wirbelte kein problem zurück zum klick haben wir diese automaten kommen hier rein und werden direkt gereinigt und so eine schütz weil funktioniert um zum geld sie sind ja sie geben mir gerade richtig kohle sagen schon 156 glatt dankeschön der herr danke so da ist so geschließen noch gleich jetzt mit miete aus müssen wir auch bald bezahlen morgen wird noch einmal abgebucht genau kommen wir noch mal rein alle rein alle rein rein wirklich um sie kaufen zu kaufen sich bockkohle geht er wieder noch da spielen können so zu ist so einer hier auf dem wiki her zwei sogar lassen wir noch mal rein ich weiß wir im laden schluss karten sind alle aufgefüllt das video ist voll die sleeves weiß ich nicht auch voll nur einer hat er vielleicht lassen wir noch rein aber da machen wir zu wenn er rein möchte die will er nicht dann machen wir zu und kommen noch einer wollen sie rein wollen sie rein ich würde sie noch wirklich noch was verkaufen kein problem okay wir haben geschlossen ich bitte euch die land verlassen so 24 dollar profit gemacht er wie sagt wir haben viel ausgegeben sehr viel ausgegeben so haben wir direkt weil aufgefüllt habe ich schon alles jetzt soweit wir müssen aber erst mal unsere rechnung bezahlen zahlen und das tut so weh und wir brauchen aber noch was und zwar auch wie auch was im schmacht so zwei catch haben sie von 39 danke 20 zurück bitte schön und ein catcher danke schön jetzt hören wir mal schnell auf schnell bummfülle so packen wir das erst mal da relativ voll wieder ne ja 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 sehr gut sehr gut sehr gut und ich habe irgendeine lizenz gekauft gehabt ich glaube ja wir haben noch irgendeine lizenz gekauft und dann zahlt die mit 20 an zeit wie tatsächlich im 20 noch gleich lassen können das gut das ist wieder ein saftiger preis 114 danke merci was sind das sind meine lieblingskunden oh danke schön irgendwas der lizenz gekauft ach ja klar hier für die kartenpakete nun gleich mal zwei geht das ja zwei davon und ich habe gesehen dass die leer sind ich nehme ich eigentlich auch recht gut einmal und wir brauchen auf jeden fall nein das nicht auch noch mal egal sonst machen leid geht nicht anders und dachte er schlägt er schlägt zu so 36 zurück ob alle wollen wir nicht schenken wir hier haben schon gute preise 16 zurück so sieben zurück sehr schön dass man das regal schnell es wird theoretisch dahin passen ok aber ich will muss da noch ein bisschen switchen dann die beiden müssen getauscht werden so das ist dieser doofen karton wieder im weg so das stimmt schon wieder an der kasse einmal zweimal und der schlägt auch gut zu brauchen wir auf jeden fall zurück dankeschön dankeschön ich machen wir die anderen erst morgen rein die brauchen mit schon im wagenkopf und legen karten box ja wir haben schon trainer episches kartenpaket episch geld machen mit 135 das ist schon unterschieden schon unterschied wie tag und nacht hier einmal gerne ruf zum zurück das macht schon krassen unterschied hier haben wir noch schon wieder weg tun rüchte dann auch mal nochmal nachgefüllt dann einmal den wagenkopf hier oben will ich diese anderen nämlich rein machen das bild special kaufs sollte ich auch cool wäre wenn wir erst hier oben dann das und dann das aber dann sind wir nur einfach ist nicht so geil oder macht 333 und tut die dahin zwei option man sieht das auf jeden fall ordentlich aus so gut er zu 13 zurück wollte sie nicht verarschen nicht verärgern also sorry tut mir leid passiert so wenn wir raus ach geht nicht aber das kann ich raus der oder egal abschnittes leer steht es hier rein mach jetzt die raus nehme und dahin fülle ach quatsch die pausche da ich muss sie erst mal sortieren ja warte mal damit ich die oberste das oberste fachlehr kriegt so erst mal wieder passieren so viel zurück ach so noch einer ich bin ja die neuen haben deswegen 80 wenn der nächste bitte so danke mit ihnen nämlich wieder raus fühlen die da rein ich will die ein bisschen geordneter haben jetzt dann nehmen wir jetzt die boxen raus einmal zweimal dreimal machen wir nämlich hier die rein die special box muss ich dann halt nur an das nachher rein machen geht nicht anders so kommen dann dahin so erst mal kunden wieder absolvieren danke schön danke so nehmen wir die raus wenn die da rein die regale sind eigentlich schon cooler die hier die ich jetzt hier günstig günstiger habe sind schon geiler wieder finde ich jetzt irgendwie mehr rein finde ich jetzt also ich finde sie top so dann kaufen wir die noch mal nach haben wir schon drinnen karten box epische kartenpakete das war das epische kartenpaket ne seltener dann brauchen wir die aber noch einmal mindestens 202 direkt so was würde ich dann so der herr macht zurück mit ihren grad ein bisschen räumen 27 zurück so haben wir die box schon drin sind die grundlegenden karten box die haben wir trainer gut davon sollte schlecht auch noch mal eins nehmen die auf jeden fall haben so ein doppelpack wenn wir schon ausgewählt haben so da muss ich da auch noch ein bisschen sortieren ich brauche noch mal geht mindestens ein regal ich hier so ein doppelregal hin das kommt ihr da unten nennen kann ich nur einzeln nehmen egal da machen wir das so führen dass hier nämlich noch jetzt dahin das ist doch ganz gut aus mit das wird den voll da ein dreier egal da reihe da 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 und wollen wir noch mal die blauen boxen ich muss hier voll viel einkaufen grad wie sieht zum würfel aus ausgehen die blauen boxen grün rein einmal blau rein das will ich eigentlich auf jeden fall noch holen war das die ob man auch noch mal schnell und aus dir stellen was hat jetzt richtig geld egal einmal richtig einmal richtig dann gucken wir nämlich nach solchen karten noch mal schnell gleich gleich zu haben so weit zurück einmal 16 dankeschön das kann man bestellen noch nicht gucken dass man ob wenn das leer wird noch die grünen karten boxen okay das ist halt so jetzt passiert so 3 ich meine man ist halt noch mal ausverkaufen man ist halt auch mal ausverkaufen so und geben wenn es so schnell die bestellung aufgeschlossen haben wir schon das hätte man richtiger batzen aber dann sind unsere bestände erstmal wieder voll schön verteilen einfach schöner aussieht da sind unsere neuen gucken was die kosten ob der preis sich jetzt echt gelohnt hat 9 9 dollar das stück ja 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 läuft wenn wir die noch auf hier blauen boxen so nimmt auch leer nämlich ganz das schlaufe mehr gleich zwei packen hier davon zu kaufen so man wird immer noch 600 einfach und jetzt bestandtechnisch ich raus kommen die glaschen rein die grünen würfel waren ja ausverkauft damit so schlecht wenn ich das abends mache alles hier müssen wir nämlich auch füllen genau 12 12 ich glaube ich habe davon nur eins gekauft oder ja aber die haben wir noch mal extra gekauft das ist schon besser aus jetzt so gut dann haben wir das liefst und voll sieht doch schick aus ich finde schon doch ich finde das ist ganz gut geworden und das war's auch schon wieder mit einer weiteren runde von den tcg kart simulator ich hoffe ihr hattet Spaß lasst ein like und ein abo da es kostet euch nix also bis zum nächsten mal bye bye